UNTERTITELUNG 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 Ja, herein bitte! UNTERTITELUNG 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 Ah, guten Tag! Sollten wir sprechen, Herr Koller? Genau, bitteschön, nehmen wir das Platz. Ja, um was geht's dann? Da kann ich Sie gleich einmal beruhigen, es ist etwas durchaus Positives. Seit vier Jahren sind Sie jetzt also schon bei uns. Mhm. Ich muss sagen, dass ich speziell im letzten Jahr sehr zufrieden mit Ihrer Leistung bin. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Ja, freut mich natürlich, wenn Sie mit mir zufrieden sind. Daher habe ich kürzlich einige Gespräche geführt und das gebe mir nun die Möglichkeit für Sie auf eine deutlich bessere Stelle in unserer Firma. ... ... ... ... Haben Sie mir jetzt überhaupt zugehört? Ja, ja, ja. Wenn Sie interessiert sind, würde ich Sie gerne für die Stelle vorschlagen. Ähm, mhm. Ich sehe schon, dass das im Moment vielleicht ein bisschen schnell für Sie geht und das ist ja auch noch nicht sicher. Aber wenn ich ein gutes Wort für Sie einlege, stehen die Chancen recht gut, dass Sie schon im nächsten Monat mit einem deutlich dickeren Börsler nach Hause gehen. So, im Laufe der nächsten Woche sollte ich dann von Ihnen Bescheid kriegen, ob ich der Sache grünes Licht geben kann. Okay. Wissen Sie was? Gehen Sie jetzt nach Hause, machen Sie sich ein schönes Wochenende und denken Sie dründlich über alles nach. Und wenn Sie dann am Montag wiederkommen, sind Sie sicher schlauer. Ja, werde ich machen. Gut. Super. Vielen Dank. Bis Montag. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Wiederschauen. Ciao. Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020